So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe und die ist eigentlich auch ziemlich simpel, gerade mal zu den Hühnernaufgaben gehen, nämlich wirf 5 mal einen Huhn. Wie machst du das am besten? Richtig, natürlich erstmal einen Huhn fangen und dann R2 und dann einfach werfen. Jetzt müssen wir natürlich das Huhn wieder neu einfangen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber ich denke mal, ist eigentlich so mit die einfachste Aufgabe, wenn wir denn einen Huhn gefunden haben. Also, ey, das hat nicht gezählt. Komm her, Huhn. Ah, diese Hühner. Ich weiß nicht, Hühner sind so mit die nervigsten Viecher, die es gibt. Also ruhig mal ein bisschen weiter und klappt ja gut die Aufgabe. Im Flug geworfen. Das Huhn regt mich jetzt schon auf. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich damit Probleme habe, hat der ein oder andere auch damit ein Problem. Warum zählt denn die Aufgabe wieder nicht? Jetzt sag nicht, das zählt nur einmal pro Runde. Oder pro Huhn. Das kann nämlich auch sein. Aber ihr seht schon, so wirft man halt einen Huhn. Ich denke mal, dass man es ein, zwei Mal mehr machen muss in jeder Runde oder so. Probiert es einfach aus. Ihr seht schon selber, ich habe es jetzt gefühlt zehnmal geworfen und es funktioniert immer noch nicht. Sondern nur zweimal, weil ich es eben schon mal ausprobiert habe, wie es funktioniert. Aber das war die Runde davor. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Aufgaben. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Creator Code natürlich auch nicht vergessen. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Haut rein. Bye. Tschüss.